Ich bin der Daniel Mark. Ich bin Softwareentwickler hier bei KWS seit nun mittlerweile zehn Jahren. Mein Job hier ist es, die Züchtungssoftware weiterzuentwickeln, auch Teile neu zu entwickeln. Wir sind selbstständig auch für den Betrieb der Anwendung verantwortlich. Aktuell wird ja sehr viel auch in Richtung Cloud entwickelt. Überrascht hat mich auf jeden Fall die Offenheit, wie man hier empfangen wurde. Damals waren es nicht viele Softwareentwickler. Mittlerweile sind wir 15 interne oder sowas in dem Dreh. Tendenz steigend. Wenn wir remote arbeiten, wenn wir im Homeoffice sitzen, dann haben wir ein virtuelles Büro, in dem wir quasi die volle Zeit, die wir da sind, auch anwesend sind. Das heißt, es besteht immer die Möglichkeit, mit den Kollegen zu kommunizieren, auch wenn man nicht in einem Raum sitzt. Und dementsprechend kommen dann auch mal die Kinder rein, die kommunizieren mit. Grundsätzlich haben wir volle Flexibilität. Wir können um neun anfangen und bis sechs arbeiten. Wir können zwischendrin Pause machen, aber so wie wir es eben brauchen und wie es dann eben vielleicht auch gerade familiär passt. Sei es nur, weil man als Papa eben gerade gebraucht wird. Wir haben alle einen sehr offenen und ehrlichen Umgang. Und dieser ermöglicht es dann natürlich auch einfach zu sagen, okay, ich muss mal eben schnell weg. Und man weiß, die Kollegen haben Verständnis dafür. Ein offener und ehrlicher Umgang. Vielen Dank.